Hallo liebe Clear Audio Fans und Vinyl-Liebhaber, mein Name ist Stefan und ich möchte euch heute den brandneuen Concept Signature vorstellen. Erlauben wir uns einen kurzen Blick zurück, vor mehr als einem Jahrzehnt wurde der Concept ins Leben gerufen. Er entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu einem der beliebtesten Plattenspieler im Einsteigerbereich des High-End HiFi. Mittlerweile wurden über 20.000 Einheiten unseres Dauerbrenners Concept verkauft und mit Stolz präsentieren wir euch heute den Nachfolger, den komplett neu entwickelten Concept Signature. Äußerlich mag er an den Concept erinnern, doch das ist auch schon alles, was die beiden miteinander verbindet. Es gibt eine Vielzahl von neuen Features, die dieses Laufwerk auf ein neues Level heben und die ich euch gerne vorstelle. Schauen wir uns das Ganze also einmal genauer an. Direkt ins Auge fällt das neue Bedienelement. Es ist ein digitaler, endloser Drehregler mit Tastfunktion. Mittels Druck auf den Taster schaltet man auf die gewünschte Geschwindigkeit 33 oder 45 Umdrehungen pro Minute. Die Drehmöglichkeit ist im regulären Betrieb ohne Funktion. Aber Achtung, hier ein kurzer Spoiler-Alarm, dieses Bauteil findet sich künftig auch im Concept Active Signature und erlaubt damit eine Lautstärkeregulierung. Nun ein Blick unter die Motorhaube. Hier sehen wir den neuen, kernlosen 12 Volt DC Motor. Nicht nur ist er der kleinere Bruder des in der Innovation-Serie verbauten Motors, auch die Motoraufhängung ist verbessert und stellt eine vereinfachte Form des im Referenz Jubiläe verbauten Designs dar. Der Motor wird damit noch effektiver vom Chassis entkoppelt. Gleich daneben sehen wir ein komplett neu integriertes Element. Es ist ein Tachometer, welcher die Geschwindigkeit überwacht und Rückmeldungen an die Steuerelektronik gibt. Damit werden gleich mehrere neue Features ermöglicht. Zum einen eine verbesserte Gleichlaufstabilität, die auf sich ändernde Umwelteinflüsse reagiert. In anderen Worten, verändert sich zum Beispiel die Riemenspannung durch Alterung oder Temperaturänderung oder ändert sich die Reibung im Plattentellerlager, dann wird dies automatisch vom Tacho registriert und in Echtzeit an die Motorsteuerung übermittelt. Des Weiteren wird eine automatische Kalibrierung der Grundeinstellung ermöglicht. Neben dieser im Werk vorgenommenen Grundeinstellung kalibriert sich der Concept Signature auch mit jedem Neustart, um sich auf die individuell vorliegenden Umweltbedingungen, etwa die Raumtemperatur, anzupassen. Es ist tatsächlich ein Temperatursensor auf der Platine. Der bewährte Aluminium-Subteller und das Sinter-Bronzelager wurden vom Konzept übernommen. Zu guter Letzt noch ein Blick auf die Rückseite des Laufwerks. Hier sehen wir den harten Netzschalter und die Anschlussbuchse für das Netzteil. Es wurde eine hochwertige DC-Buchse verbaut, welche deutlich verbesserten Halt gegenüber der Vorgängerversion bietet. Das Laufwerk kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen Steckernetzteil betrieben werden oder einem der beiden hochwertigeren Alternativ-Netzteile. Dem Transformator-basierten Professional Power 12 Volt oder dem Akkunetzteil Smart Power 12 Volt. Wenn Sie mehr über den neuen Concept Signature erfahren wollen, wenden Sie sich einfach an Ihren Clear Audio Fachhändlern. der Verzicht auf die Üllä V겠어요? Amen.